Und jetzt kommt da gleich der Bionic Giga Da ist er! Baby Bionic Giga! Ja, ja, ich muss ihm Essen geben. Ich muss ihm Essen geben. Er folgt mir noch. Ich muss das Wandering ausmachen. Verhalten. Wandern deaktivieren. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Arc Survival Debuff mit der Maud Eternal von der Map Ragnarok. Rechts neben mir steht das Bionic Giga Ei. Und dieses Ei braucht jetzt nur noch, schauen wir mal, 8 Minuten. Und bevor dieses Ei jetzt in 8 Minuten gleich ausschlüpfen wird, möchte ich euch an der Stelle nochmal ein paar Sachen zeigen und auf ein paar Dinge hinweisen. Zuerst mal wird euch aufgefallen sein, hier drin ist es jetzt verdammt leer geworden. Das liegt daran, ich habe ein bisschen angebaut. Und zwar habe ich mal die Zeit hier genutzt, die Stunden, in denen das Ei hier vor sich hin brütet. Und habe hier mal einen kleinen Anbau erzeugt. Ja, also hier so für die etwas kleineren Tiere, die aber irgendwie immer die Angewohnheit haben, so ein bisschen im Weg rumzustehen. Ja, und damit meine ich auch den Elektro-Bär. Ja, den meine ich damit auch. Die habe ich jetzt mal hier geparkt, in diesem kleinen Anbau. Und ich hoffe mal, dass das jetzt ein bisschen mehr Platz bedeutet. Für die großen Tiere habe ich jetzt noch keine Lösung gefunden. Kann die Power-Wivern da eigentlich auch rein? Das können wir gleich mal ausprobieren. Kann die durch das Tor? Ne. Die ist dafür zu dick. Schade, schade, schade. Da brauchen wir wieder Behemoth. Das ist immer ein bisschen doof, dass es immer nur diese zwei Größen gibt mit Behemoth und so. Da müsste es noch irgendwie eine Zwischenstufe geben an Toren. Weil Behemoth ist mir irgendwie zu groß. Und die hier, die ist dann wieder zu klein, ne. Das ist halt immer so eine Sache. Da müsste es echt nochmal irgendwie so eine Zwischenstufe geben, finde ich. Aber, naja, so ist das halt. Genau, da habe ich ein bisschen angebaut. Jetzt haben wir zumindest hier in unserem Hangar quasi, haben wir ein bisschen mehr Platz. Den Drachen, den habe ich jetzt mal auch hier draußen stehen lassen. Hoffentlich ist das nicht fatal, wenn er dann weggesnackt wird. Weil wir brauchen ja jetzt hier doch ein bisschen Platz. Auch für das Evolvieren von dem Allosaurus brauchen wir noch Platz. Und dann brauchen wir natürlich auch für das Gigababy Platz. Das ist ja ganz wichtig hier an der Stelle. Ich möchte euch jetzt auch gleich auch nochmal auf etwas hinweisen. Heute startet ja das Spiel Surviving Mars auf Steam. Heute ist der offizielle Release im Laufe des Tages. Ich glaube gegen 18 Uhr wird es auf Steam freigeschaltet. Man kann es jetzt schon vorbestellen. Das Let's Play dazu läuft gerade aktuell auf meinem Kanal. Da sind schon etliche Folgen rausgekommen. Wir sind jetzt schon bei Folge 13, wenn mich nicht alles täuscht. Heute kommen zwei Folgen zu diesem Let's Play. Ja, da könnt ihr euch richtig nochmal informieren, wenn das Spiel jetzt rauskommt. Und schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich finde das Spiel richtig toll. Heute Abend wird es auch einen Livestream dazu geben. Also kann ich an der Stelle schon mal sagen, viel Spaß beim Reinschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Mir gefällt es richtig gut. Und ich bin mal gespannt, was ihr dann da so zu sagt. Es gab auch schon sehr viele positive Rückmeldungen, als ich das am Wochenende im Livestream gespielt habe. Und auch jetzt unter den Folgen. Und ja, bin ich mal sehr gespannt, was ihr so davon haltet. Vielleicht wenn ihr es auch schon selber gespielt habt, dann zu dem Zeitpunkt, wenn es dann rausgekommen ist. Bin ich mal gespannt. Ich habe nämlich auch schon mitbekommen, dass sich das einige holen werden. Bin ich mal sehr gespannt drauf, wie gesagt. So, sechs Minuten dauert es noch. Sechs Minuten. Und wir können ja mal kurz überlegen. Ich meine, klar müssen wir jetzt gleich den Bionic Giga natürlich füttern und so ein bisschen hochpimpen. Aber wir können ja mal schon überlegen, was wir danach noch machen. Also ich habe mir überlegt, ich werde auf jeden Fall auch noch Engines zähmen. Das habe ich auf jeden Fall noch vor. Da haben wir ja noch einige nicht gesehen. Zum Beispiel das Rhino. Oder, ja, ich glaube, was haben wir noch? Das Mammut. Es gibt noch einen Anschein Mammut. Genau. Die haben wir noch nicht gesehen. Die würde ich mir gerne noch angucken auf jeden Fall. Vielleicht können die ja auch so was Lustiges wie die anderen Engines. Weil jeder Enchant kann immer irgendwie so besondere Sachen. Und da bin ich mal so ein bisschen gespannt, was die denn dann vielleicht noch können. Also das wollen wir auf jeden Fall noch machen. Dann natürlich auch noch mal die Gigas noch mal verpaaren, sobald das dann halt möglich ist. Müssen wir mal schauen, wann das möglich ist. Und ja, dann alles natürlich in Vorbereitung auf den Dark Star. Jetzt wollte ich aber gleich noch mal gucken. Das dauert ja hier noch fünf Minuten. Ist hier eigentlich Fleisch drin? Ja, hier ist zumindest normales gebratenes Fleisch drin. Das ist schon mal gut. Dann kann der schon mal nicht komplett verhungern. Dann kann ich immer was rausnehmen. Der hat auch noch gebratenes Fleisch. Der hat jetzt 30 Dino Age hier. Kann aber leider nichts Neues mehr generieren, weil ihm hier der Rest vergammelt ist schon. Haben wir im Bionic Giga zufällig noch Fleisch? Ne, ist auch alles schon vergammelt. Was mit dem Vergammeln geht immer so schnell? Es gammelt immer alles so schnell weg. Und im Schrank? Habe ich im Kühlschrank zufällig noch Fleisch? Ne, da muss ich wieder... Ich habe Milch... Ah ja, stimmt. Milch ist Gift! Ja, aber in dem Fall stimmt das sogar. Kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ja, vielleicht mal so ein paar Worte von mir vielleicht zu dieser Milch ist Gift Geschichte. Ähm... Der Titel ist natürlich sehr ungünstig gewählt, weil wir alle wissen natürlich, dass Milch kein Gift ist. Es geht jetzt dabei um das Unge-Video. Dass Milch kein Gift ist, das weiß man, weil bei Gift, wenn man das trinkt, da fällt man tot um. So, das ist so die grobe Definition von Gift. Entweder schnell fällt man tot um oder ein paar Stunden später fällt man tot um, aber man fällt tot um. So, wenn man jetzt Milch trinkt, fällt man nicht direkt tot um. Warum hat aber der gute Unge den Titel so gewählt? Er hat zumindest dafür gesorgt, dass viele Leute, die sich dadurch getriggert fühlen von diesem Titel, über dieses Thema angefangen haben zu reden. Denn das, was er im Video anspricht, die Argumente, die er anführt und die Dinge, die er erwähnt, sind gar nicht so schlecht. Denn ich persönlich hatte auch schon mal meine eigenen Erfahrungen gesammelt mit Milch tatsächlich und dem Verzicht darauf, lange bevor diese Diskussion überhaupt aufkam. Ich habe tatsächlich einfach mal aus meiner Ernährung Milch komplett verbannt. Ich habe keinen Käse mehr gegessen, auch auf Pizza nicht. Also ich habe keine Pizzen mehr mit Käse gegessen. Ich habe generell keinen Käse, keinen Joghurt, kein Eis mehr, wo Milch drin ist, nichts mehr. Und ich muss sagen, es ging mir danach tatsächlich besser. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und ja, was kann ich dazu sagen? Also ich kann es in gewisser Weise schon bestätigen. Also vielleicht mal kurz, was sich verbessert hat, nachdem ich auf Milch verzichtet habe. Ich hatte vorher immer tatsächlich Verdauungsprobleme gehabt, von denen ich gedacht habe, dass sie ganz woanders herkommen. Zum Beispiel vom Fleisch oder so. Aber das war gar nicht das Fleisch. Das war tatsächlich entweder die Milch oder der Milchzucker in der Milch. Und ich war auch immer sehr verschleimt. Also sehr extrem teilweise auch, nach dem Essen vor allem. Und insbesondere nach einem Essen, wo ich dann vielleicht auch nochmal als Nachtisch ein Eis gegessen habe oder einen Joghurt. Und ich habe wirklich viel Eis gegessen teilweise, also richtig literweise. Und danach ging es mir auch immer schlecht. Danach hatte ich auch immer Halsprobleme und sowas. Und ich muss sagen, wirklich, seitdem ich auf das alles verzichte, seitdem ich auch keine Milchshakes mehr trinke, ich war auch Milchshake-verrückt. Seitdem ich das alles weglasse, geht es mir besser. Das kann jetzt natürlich jeder halten, wie er will. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, man soll komplett drauf verzichten. Ja, also ich will euch jetzt nicht erzählen, ihr müsst unbedingt jetzt auf Milch verzichten, weil es mir geholfen hat oder so. Nein, das will ich nicht sagen. Der Punkt ist einfach, vielleicht einfach mal die eigene Ernährung einfach ein bisschen zu hinterfragen und zu gucken, ob man denn maßvoll bestimmte Sachen konsumiert. Und vielleicht mal drüber nachzudenken, wie viel Milch man eigentlich zu sich nimmt. Weil ein wichtiges Sprichwort ist auch, die Dosis, das Gift macht die Dosis. Die Dosis macht das Gift so rum. Also wie viel man von etwas isst, entscheidet darüber, ob es gut für einen ist oder ob es schlecht für einen ist. Und es ist nun mal Fakt, dass wir von vielen Dingen einfach zu viel essen. Zu viel Zucker, zu viel Milch durchaus auch, zu viele Milchprodukte oder Produkte, wo wir gar nicht wissen, dass Milch drin ist, aber es ist trotzdem Milch drin oder Zucker. Und das sind halt so Sachen, das muss man sich einfach vergegenwärtigen, so ein bisschen, finde ich. Also man sollte zumindest mal drüber nachgedacht haben. Und da hat der Unge natürlich mit seinem Video auch ein bisschen dazu beigetragen. Ja, also es hat zumindest dazu geführt, dass Leute, die sonst sich nie über dieses Thema Gedanken gemacht haben, zumindest mal ausgerastet sind und gesagt haben, ja so geht das ja nicht, meine Milch ist kein Gift. Ja, aber allein die Tatsache, dass sie sich darüber aufregen, ist ja schon etwas, dass sie sich Gedanken gemacht haben darüber so ein bisschen. Bisschen schade, dass sie dann natürlich gleich den Argumentationsholzhammer auspacken und dann sagen, das ist alles nur scheiße. Nicht so ganz. Es gibt auch einen wahren Kern dran. Es gibt immer auch einen wahren Kern an bestimmten Sachen. Aber vielleicht nicht unbedingt im gewählten Titel des Videos. Also Milch ist Gift ist natürlich einfach nur, da geht es darum, dass man die Leute halt triggert. Also, das ist klar. Genau, das wollte ich auch mal sagen an der Stelle. Ist mir so ein bisschen unter den Nägeln gebrannt, weil ich da auch meine eigenen Erfahrungen mit dem Thema gemacht habe. Aber wie gesagt, ich will da mit niemandem die Milch ranzig reden, wer unbedingt seine literweise Milch trinkt und damit gut fährt. Der soll das weitermachen, ist mir auch egal. Auf jeden Fall habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich da ein bisschen aufpassen muss. Und jetzt kommt da gleich der Bionic Giga. Da ist er, Baby Bionic Giga. Ja, ja, ja. Ich muss ihm Essen geben. Ich muss ihm Essen geben. Ah, er folgt mir noch. Ich muss Wandering ausmachen. Äh, verhalten. Wandern deaktivieren. So. Warte, warte, warte. Nicht verhungern, nicht verhungern. Du kriegst gleich mal was. Du kriegst hier was Tolles. Was Feines. Ich hoffe, der frisst das auch. Aber er sollte ja eigentlich Fleisch essen, oder? Der Nahrungswert sieht sehr eingefroren aus. Der ist auf jeden Fall auch schon ziemlich hoch. Oh, der hat ernsthaft? Sehe ich das richtig? Ah, ne. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte gerade, der hat 73 Millionen Leben. Aber ich bin wieder mal in der Spalte hier verrutscht. Das sind 7 Millionen Leben. 7 Millionen Leben hat der. Okay. Okay. Der verliert gar keinen Food. Ah, doch ganz langsam nur. Okay. Alles klar. Nahkampfschaden. 2477. Da hat er den hohen Wert bekommen, oder? Ich glaube schon. Auf jeden Fall wird der ja auch nochmal imprintet. Das dauert auch gar nicht mehr so lange. Das dauert noch eine Stunde und 34 Minuten, bis man den imprinten kann. Das sollte auch eigentlich klappen, dass man den voll imprinten kann. Auf jeden Fall. Genau. Ein Weibchen ist es. Jawohl. Das ist schön. Dann können wir mehr züchten wieder. Aber es ist auch witzig eigentlich. Wie der kleine Baby-Bionic-Giger eigentlich genauso aussieht, wie ein großer Bionic-Giger. Also so. Es ist einfach nur eine kleinere Version davon. Komm mal hier rüber. Komm mal hier. Komm. Ich muss mal hier die Follow-Distance auf... Auf niedrig stellen. Optionen. Ne, sterilisieren wollen wir den nicht. Folgeabstand... Niedrig. Niedrig. Ja, genau. Ah, der Wendekreis. Den Wendekreis hat er auch geerbt von den Eltern. Was macht er da? Oh Gott. Oh mein Gott. Mein Gott ist das klein. Hat er schon gegessen? Ja. Einmal hat er... Ah, hier kann er einen Stack reinnehmen hier. Gibt's ja gar nicht hier. So schnell wächst der hier. Das ist doch toll hier. Jetzt müssen wir mal gucken hier, die Größe. Es ist ein Baby. Ein kleines Baby. Ein kleines Bionic-Giga-Baby. So, guckt euch das mal an hier. Das ist so schön. So witzig, wie das aussieht. Man kann ihn echt so in die Augen schauen jetzt. Oh. Oh, ist ja nicht süß. Süßer Baby-Bionic-Giga. Baby-Bionic-Giga. Wee. 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 Putzig. Auf jeden Fall. Aber wir müssen noch mal kurz warten, bevor wir jetzt irgendwo anders hingehen. Ich will dem durchaus noch ein bisschen mehr Fleisch zustecken. Ich weiß nicht, wie schnell der frisst. Er frisst anscheinend nicht so schnell. Aber ich glaube, das ist schon gar nicht so schlecht, wenn wir dem ein bisschen was zugesteckt haben, bevor wir irgendwo hingehen. Bevor wir jetzt irgendwas machen. Ich will jetzt auf jeden Fall auch noch mal gucken. Genau. Wir gehen jetzt mal kurz rüber zum Boss Summoner. Und dann will ich mal gucken, wie das ist, was wir da brauchen, um die Engines, die anderen beiden noch zu beschwören. Und ob da noch mehr Engines waren. Oder ob das jetzt nur noch das Mammut war, was offen war. Und das Nashorn, das Rhino. Wow, was ist denn hier los? Hier haben sie sich wieder lieb. Was ist denn das? Wartet mal bitte. Der Agentavis, der macht sie hier alle platt. Mit der Weihwahn anzugreifen, ist echt ein minimales Krämpfchen. Lande mal. Wir müssen die mal kurz wegholen da, sonst stören die mich. Sonst stören die mich gleich, wenn ich hier wenn ich hier gleich beschwören will. Beziehungsweise, wenn ich hier gleich gucken will. Genau, weg sind sie. Ha 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 ha. Oh, das ist ein Giftwolf. Ein Poisenwolf. Den müssen wir noch wegschnecken. Du musst leider weichen. Bäh. Das ist hier ein Primewolf. Wo kommen die denn jetzt her, die Wölfe hier? Du musst auch leider weichen. Weiche, Dämon. Weiche. So, jetzt mal reingucken hier. Irgendwas noch hinter mir? Nee. Alles klar. Gucken. Matrix. Engines. Gorilla. Mammut. Rhino. Cats. Dodorex. Manticore. Moment mal. Dodorex und Manticore. Das ist glaube ich auch gar nicht so uninteressant, oder? Bevor wir jetzt hier Rhino und so beschwören, können wir ja erstmal Dodorex und Manticore machen. 200 Blut, 10 Dinoherzen und ein Matrix. Ach ja, Matrix-Cores. Hm, das war ja die Sache. Mit den Matrix-Cores. Haben wir da überhaupt genug? Ich muss mal gucken, wie viel ich jetzt noch habe von den Matrix-Cores. Das ist jetzt so eine Frage. Lande mal, Vivern. Lande mal. Matrix-Cores. Smart, weil die brauchen wir ja auch für den Alu. Halt, warte mal. Wir haben ja jetzt Prime Meat. Das können wir gleich mal dem Alu zustecken, wo ich gerade dran denken muss. Hier, wir haben doch hier lecker Prime-Med. Das braucht der doch. Der Alu. Lass mal den mal geben. Hier, du kriegst das Zeug. Kannst du wieder Dino-Age machen. Wunderbar. Wir brauchen ja noch 5. Genau, 5 Dino-Age. Alpha-Kibble haben wir, glaube ich, auch noch genug. DNA, da, da. Und ein Matrix-Core, genau. Also, ihr habt mir gesagt, nachdem Alosaurus kommt irgendwie noch ein Rex, ein Dodorex oder so, glaube ich. Oh Gott, jetzt darf ich nichts Faltes sagen. Entweder kam noch ein Dodorex und ein Giga oder es kam nur ein Giga danach. Und dann kam erst irgendwie der Dark Star. Also, es gibt noch ein paar Stufen hin zum Dark Star. Das heißt, wir brauchen noch mindestens, also wir brauchen noch einen, zwei, drei, vier, ich schätze mal, vier Matrix-Cores brauchen wir noch. Und wie viel haben wir jetzt noch? Müssen wir mal gucken. Wir haben noch, kann ja hier filtern. Ne, kann ich nicht. Oder doch, ist nur oben. Sieben. Okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir vier brauchen, dann können wir noch locker zwei weghauen davon. Also, verbrauchen. Würde sagen, das machen wir auch. So, was war es jetzt? Brauche ich jetzt DNA oder Herzen für die Engines? Ich nehme einfach mal beides mit. Genau. Alpha Kibble. Da haben wir gar nicht genug, oder? Doch, wir haben 50. Wir brauchen auf jeden Fall noch Dino-Blut. Und dann brauchen wir noch... Was war das jetzt noch? Ein Matrix-Core, Dino-Blut, Herzen. Ich habe es schon wieder vergessen. Das gibt es nicht. Irgendwas anderes war es noch. Was war denn das jetzt noch? Ja, ich muss noch mal hinfliegen. La, 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 la. Da ist das Gehirn wieder nicht da. Das Hirn ist brei. Und gespalten in zwei. Das ist gar nicht fei. So. Guck mal nochmal nach. Äh, schön. Stodorex. Ne, doch, wir haben doch alles. Ne, haben wir nicht. Es fällt Dino-Blut. Äh, hast du noch was? Hast du noch Blut? Nö. Ah, komm hier. Wir werden doch jetzt wo hier in der Lage sein, mal ein bisschen Dino-Blut zusammenzufahren. Das kann ja doch nicht wahr sein. Oh. Vielleicht nicht unbedingt von dem da. Vielleicht eher so von so Normalo-Viechern. Normalo-Eternal-Viechern. Das ist mal die Frage, wo sind sie, wenn man sie mal braucht. Die Normalo-Eternal-Viecher, die einen mal ein bisschen Dino-Blut rüberschieben können. Hier so ein Agentavis zum Beispiel. So ein Gift-Agentavis. Das ist doch gar nicht schlecht. Guck mal her, du Nebelkrähe. Triff ihn. Ja, komm runter, genau. Ja, wir haben hier kein Blut gibt. Ich wusste es einfach. Aber ich habe wieder Prime-Mate. Das ist auch gut. Ich brauche doch nur ein bisschen Blut. Ich brauche nicht mal viel. Ich brauche nicht mal 20. Hier, hier, hier. Du hast jetzt Blut dabei. Das habe ich jetzt entschieden. Lande mal. Kannst du mich runtergrappen? Ich hoffe nicht. Haha. Ja. Was? Nur zwei Einheiten Dino-Blut? Sind die alle blutleer hier oder was? Das gibt es ja gar nicht. Warum sind die alle so leer? Jetzt, jetzt, jetzt. Hier, hier. Hier, hier. Ja, 19 Einheiten. Sauber. Warte halt, halt, halt. Deinen Prime-Mate brauche ich auch noch. Deinen Prime-Mate brauchen wir noch für den Alu. Dino-Age. Dino-Age brauchen wir noch. Dann können wir gleich mal gucken. Jetzt haben wir doch. Ja, 203. Und wir haben noch einen XP-Potion. Ich werde mich dann gleich mal mit der Spinne rüber bewegen. Und hier seht ihr auch nochmal, wie ich den Außenbau gebaut habe. Das habe ich natürlich mit S-Plus gebaut. Ja, und ich habe das versucht auch so ein bisschen, nicht ganz so eckig zu machen. Also hier so ein bisschen mit so einer Abkantung, mit so einer Schrägen. Dass es halt nicht so langweilig aussieht. Dass es halt nicht einfach nur ein Kasten ist, sondern dass es schon ein bisschen eine Struktur hat. Ein bisschen, ein kleines bisschen interessant. Ein bisschen Ästhetik. So ein bisschen. Ein kleines bisschen. So, du kriegst nochmal Fleisch. Genau. Du hier kriegst noch die, äh, das Prime-Meat. Und zwar hier, 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 das brauchen wir. Hier, 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 hier. Lala, gib mir das Prime-Meat. Ich weiß, ich könnte hier oben auch filtern, aber mö, mö, mö. Und dann Transfer-All machen. Das ging ja auch. Das kann ich sogar mal demonstrieren. Hä? Warum? Achso, weil es deutsch ist, ne? Rohes Filet, okay. Rohes Filet. Alles übertragen. Genau. So geht das. Dann muss ich nicht ständig nur hier eins... Achso, das ist ja der... Nein! Den falschen habe ich das gegeben. Du kriegst das nicht. Du brauchst gar nicht weiterfressen. Rohes Filet. Genau. So. Kann er hier weiter Dino-Age produzieren, bis die Schwarte knackt. Genau. Haben wir noch irgendwas? Ach ja, genau. Ich brauch ja Ancient Orbs auch, um die Viecher zu zähmen. Müssen wir mal schnell hier gucken. Haben wir hier noch Ancient Orbs gehabt? Ancient Orbs. Ja, guck mal hier. Ancient Orbs. Alles feini. Genau. Dann nehmen wir uns dann jetzt als nächstes den... Die, äh... Tekla hier. Die Spinne. Und dann betäuben wir... Den Ancient Dodorex, würde ich sagen. Den will ich unbedingt mir nochmal angucken. Jetzt würde ich aber sagen, meine lieben Freunde. An dieser Stelle ist auch wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Arc. Survive the Wolf mit der Mord Eternal von der Mepraknarok. Dann beschwören wir am Boss Sumona den Ancient Dodorex und zähmen den. Dann bin ich mal gespannt, ob der auch Minions beschwören kann oder nicht. Oder was der dann so tolles kann. Bis zur nächsten Folge Arc. Survive the Wolf mit der Mord Eternal von der Mepraknarok. Bis dann, ciao, ciao.